Booyahoo ihr Geilen und herzlich willkommen zu der Fortsetzung von HNZ1. Wir hatten ja neulich hier aufgehört, als wir die Stadt durchsuchen wollten und ich habe auch jemanden mitgebracht und zwar ist er aus meiner Parallel-Klasse, das ist mein Sashi, Schatzi. Hallo! Und ja, wir werden jetzt einfach so ein bisschen zusammenspielen, weil er wollte sich das Spiel mal angucken, wie das so aussieht und ist und halt so halt, ne? Ja, ich war davor, das mir mal zu holen und jetzt habe ich ja gehört, im letzten Part, dass ich das mal durch die Stadt streifen wollte. Ja, und deswegen, ich bin auch noch ein bisschen über... Alter, das Auto kann man fahren. Ja, dann rein da, was wartest du? Geh rein. Ey, nicht, dass hier einer ist? Ja, dann sneak ein bisschen. Sneak peek. Oh, ja, egal. Das ist jemand ganz schlau. Was ist denn Sparkplugs? Spark. Leuchtefunkel. Funk, ähm... Funkkerze. Ne, jetzt siehst du es nochmal. Zündkerze. Funkkerze. Funkkerze. Ne, aber der Motor ist auch im Arsch gewesen, deswegen. Ne, also nix. Nix zu gebrauchen. Ab in die Küche. Machen Toast. Jetzt erst ne Mikrowelle. Also, die Zweige sogar. Cool. Nix drin. Scheiße. Auch nix drin. Hier war anscheinend schon jemand. Du musst aber auch... Oh, und wir wissen jetzt auch endlich, wie man Fatperson einstellt auf Tee. Das war total demnig. Ich habe zwar alle Tasten drauf umgehauen, aber vielleicht war es so schnell, dass ich es nicht gesehen habe. Nach langer Recherche. Google. Zwei Minuten. Warum kann er hier die Türen zu machen? Ich finde es echt garstig. Ja, halt und wohnen die etwa alle am Hang hier. Das ist voll Durchzug. Durchzug am Start. Ja. Ja, sieht scheiße aus. Der Hunger von uns... Wie spricht man das aus, Sascha? Refrigerator? Refrigerator, ja. Echt jetzt? Gut, da habe ich es richtig ausgesprochen. Nein, einfach nur Fridge. Also Fridge, ja. Ah, haben wir auch eher in Seven Days to Die. Oh, kann man das essen? Ja, das kann man essen. Kann man das... Oh, guck mal. Oh, ist das nicht schön. Kann man das essen? Oh, es kommt sogar noch auf uns zu. Wenn du es jetzt brav erschlägst, dann... Stirb. Ja. Nein! Trotz, dass ich wehgetan habe. Oh, jetzt habe ich ein böses Wort gesagt. Es wird einfach Piepen drüber gelegt. Ich frage mich, was ist so schlimm daran? Also, ich bin selber Vegetarier. Ich würde keinen Hater verschieben. Ich werde schon oft genug gedisst. Ey, du Tofu. Achso, nee, ich... Jetzt hast du f***ing gesagt. Das ging gar nicht. Scheiß drauf. Ich glaube, ihr vertagt das ja erwähnt, mir das mal sagen. Oder ist so ein Granulatschwuchtel oder sowas. Da sind diese Zombies. Aber hier drin finden wir doch bestimmt die Vehikelparts, die wir noch brauchen. Na, bestimmt nicht. Hier ist das eine Werkstatt. Piped. Oh! Oh! Du hast nicht genug Raum für das. Schmeiß die Axt weg. Weck mit dem Kopf. Hol dir die Feuer. Hast du das Vieh mir gehört? Nee, ja, da war so ein Vieh. Oh, die ist noch ganz. Echt, die ist noch ganz, ganz? Die ist noch ganz, ganz gut. Die ist noch ganz, ganz gut. Ganz, ganz, ganz. Oh! Oh, die tut bestimmt weh. Aber guck mal, hol die, such dir was zu fressen. Ey, ich bin überall die Axte. Da ist ein Axt-Paradies. Also, erstmal gucken wir hier noch Crowburn. Okay. Das, das brauchst du, wenn du dann... Blech. Boah. Such, was zu fressen. Noch ne Axt. Noch ne Axt. Alter, shit, hier ist hier Axt-Paradies. Das stimmt, wir wollen ja was. Hier ist ein Volk. Scheiße, Alter. Starving, Starving. Echt? Ja, du wollen was. Äh, fuck! Was soll ich essen? Ich hab nichts zu essen. Trink Wasser auf dem Klo. Nein, das ist ja... Was ist das denn? Was? Ne Ofen. Hier hat jemand ne Ofen hingebaut. Ach ne, das ist einfach ne Ofen. Auf dem Klo. Ja. Ich hab auch immer ne Klo. Granul Kaffee, Salin, äh, das kann man nicht essen. Okay, siehst du irgendwas zum Essen? Nö, nö. Das ist aber Wasser, aber das können wir trotzdem mal trinken in der Zeit. Vielleicht bringt das im Klo. Du kannst Korka-Kawee essen. Flair Kompass, Multivitamins, Packet of Sugar. Juice. Ne, bringt auch nicht viel. Fuck, das ist Immunitäts-Buh-Immunität. Fuck, ich hab nichts zu essen. Ja, renne in die Stadt. Wie ihr damit rumrennt, ey. De, 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 ich hab ne Ahnung. Ich hab die zum ersten Mal. Ich bin neu in der Stadt. So, dann werden wir ja nicht starven, oder? Ich meinst du? Geh mal vom Negativen aus. Oh ja, hier, oh ja, hier. Geh mal vom Negativen aus. Fuck. Oh, ich glaub, da war schon jemand, oder? Pack-up-Shot, was willst du da mit? Ja, dann kann man irgendwas craften. Ja, und was? Salz. Nope. Okay, so. Na, nein. Oh ja, hier. Na, warum nur Salz? Das einzigste, was uns in der Apokalus übrig bleibt. Salz und Zucker. Das ist echt schlecht. Nein, Äxte. Überall. Salz, Zucker und äh, Salz und Dings und Äxte. Hallo. Hallo, Junge. Hallo, das sind auch nur Kunden. Stimmt, das sind Kunden. Kunden, alles Kunden. Achso, lol, ich sag's gerade. Da muss doch was... Wie viele habe ich noch? 20 Prozent? Da hinten. Das, was sieht nach... Oh, Essen! Ne, das ist mehr nach... Das sieht ganz hart nach Essen aus. Ja, das sieht ganz nach... Oh, shit. Ist das ein neues Wolf? Ja, ja, das ist ein Wolf, aber der ist nicht so schlimm. Der ist nicht so schlimm. Der ist nicht so viel. Der ist nicht so viel, also der ist uns nichts weg. Ja, der ist uns nur die Rede weg, der Arsch. Wir sind jetzt bei Long John, so oder wie das heißt? Oh, Long Johnston! Oh, Long Johnston, nee. Aber sagen wir in der Klasse immer. Oh, Long Johnston. Ah, das sieht nach einer Bäckerei aus. Fast zum Teufel. Cash. Oh, fuck. Shit. Tja, das sieht man. Vielleicht nicht auf dem Klo was. Ja, nee, glaube ich auch nicht. Ja, lol. Ja, pinkeln wir nicht immer auf dem Boden. Das ist für die kleinen Kinder. Für die kleinen Kinder. Weil die immer auf dem Boden scheißen. Ja, aber eine Axt haben sie. Weil die immer auf dem Boden scheißen. Wenigstens haben sie ihre Äxte. Aber nichts zu essen. Dankeschön. Super, Supermarket. Ja, warum sind wir nicht da hervorher reingerannt? Ja, weiß ich auch nicht. Oh, Long Johnston. Wir sind jetzt ab jetzt, oh, Long. Rennen um dein Fressen. So, ich riss mal die, viel, die Pistole aus, weil, äh... Da ist dein Zorn. Oh, ****. Nein. Ich habe jetzt heute meinen ****-Tag. Oh, ja, dann musst du da schon Piepen drüberlegen. Ich habe viel zu wenig Leben, als dass ich gegen den kämpfen könnte. Ja, deswegen bin Fressen und du stirbst, weil du verhungerst. I'm starving. Haha, was willst du jetzt machen? Hä, was willst du jetzt... Oh, my God. Ganz ruhig, ganz ruhig. Oh, richtig. Ja, ja, jetzt müssen wir halt nur neuen Zucker finden. Aber es passiert, wenn man sich nicht genug Essen einpackt, dann kann man auch verhungern. Alter, du weißt gar nicht, wie viel ich... Tja, ist eine ganz natürliche Reaktion darauf. Das ich rumschreie, oder wie? Nein, nix zu essen, stirb, tot. Willst du jetzt an den Teich gehen, ein bisschen fischen, oder was? Naja, komm, ich hatte nur eine Pistole und außerdem nur noch vier Schuss. Scheiß drauf. Gut, ähm, ja, das war jetzt erstmal die interessanteste Part, dass der Typ durch die... Ja, also... ...ich geil wie geschrien hat. Merkt euch, Zombies haben einen Wallhack, die können später durch Wände gehen. Deswegen immer genug Antifestungsmittel mitnehmen. Dann kommen sie da nicht so schnell durch. Was ist denn da oben? Da steht ein Schild. Ist da irgendwie noch ein Häuschen? Ja, da steht wahrscheinlich, haha, jetzt bist du weiter weg von der... Oh, steht noch nicht. Pizza! Pizza. Für was steht haha? Haha, du warst an der falschen Stelle, oder was? Ne, nee, haha steht für... Ja, der nette Mann mit dem Bart. Ach so, scheiße, stimmt, das heißt das ja auch. Nein, das meine ich eigentlich gar nicht so. Hello Hero. Ach, Hello Hero. Bei Daisy immer so ein bisschen, na egal. Hello Hero. Komisch, ne? Na, Alter, da vorne war was. Hast du das nicht gesehen? Da war eine Flasche Wasser, Alter. Fiste, Appa-Kind, ah! Und Salz. Ja, endlich. Da einfach rum, Salz. Da liegt was drunter. Merkt euch Kinder, geht immer in geschlossene Läden und verkloppt Kisten. Die geben euch bestimmt viel Salz. Salz und Zement, oder was das sein soll? Hä, aber, was ist das? Ist das Dünger, oder so? Spence. Nein, es ist doch Salz... Oh, ist das eine Mischung, oder? Salz, Peter. Wirst du das auch? Ja, das... Äh, ich finde das am Ende hier drin echt gut. Weil das alles auch so ein bisschen. Scrape auf Cloud. Alter, nur Zement. Also da vorne an der Haustür, da war noch eine Flasche Wasser. Ne, an der Haustür, vorne. Hä? Vorne, nicht hinten, das ist hinten. Wo ist vorne? Ja, genau. Jetzt geh mal raus. Jetzt guck die... Oh, nicht da wieder rein. Aber da war auch was, ja. Ah, cool. Na, da, auf dem Tisch. Nein, nicht da, nicht da. Draußen auf dem Tisch, da. Ach, Halleluja. Ähm, die Woche, du bist gut. Oh, nicht aufgedacht, ich wäre voll. Totale Verwirrung. Waaah. Da warst du schon, oder? Nee. Ey, wie kann man das so leer lassen? Ich meine... Ich spiele mir Seven Days to Die, da ist alles voll. Ja, genau. Weil auch nur nix, null nada. Nur nichts. Da liegt... Ach so, ach so, da liegen Fässer drauf. Super. Ist so ein Auto mit... Oh. Hello. Lass auf, dass wir wussten. Ja, da muss auch nur... Shit. Also die Töne und so haben sie echt sehr gut hinbekommen. Ah, da ist noch ein Van. Oh, Munition, sehr schön. Was bringen die dir? Ja, wenn wir endlich... Das ist der Wind. Schuss haben, dann haben wir ja Schuss. Ja, Salz. Endlich. Endlich Salz. Jetzt haben wir ja Erfolg im Esssalz. Aber sogar Salzpakete. Hammerhart. Das ganze Salzpakete, oh mein Gott. Nee, das ist... Ich weiß nicht. Es kommt irgendwie so leer vor über die... Hier in den Dingern, das sagt man, kann man auch Waffen finden. Ja, ja. Und so... Oh shit. Ist da was draußen? Nee, oder? Guck, guck da! Überall die Dosen. Da war schon Arsch da. Ja, alles weg. Alles weg. Geh, ham, hamd. Ohne uns zu fragen. Ohne uns. Irgendjemand zu fragen. Oh, da liegt nicht was. Nee. Ich glaube, es ist auch kein Bock. Pisten zum Zerstören, aber nichts Vernünftiges. Nee, alles leer. Ach, scheiß Kapitalismus. Nein. Äh, scheiß Kommandismus. Äh, ach, keine Ahnung. Oh. Oh, liebevoll. Ein Zombie. Ein Zombie. Oh, hättest du nichts gemacht. Hätte er sich umgedreht und wäre nach Hause gegangen. Okay. Jetzt hast du ihn noch gebacken. Okay. Und jetzt jump. Oh, nice. 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 Ja, Alter, wie? Das ist eine Missetat. Oh. Was? Halleluja. Warte, was? Drei. Warte. Ich habe... Ich habe einen. Wie viel hast du? Hallo. Na, will er nicht? Ach, er will. Jetzt will er aber nicht mehr. Ah! Können alle über vier gehen. Tja, aber jetzt... ...nimmt er Platz. Oder nicht. Haben wir gar kein Leben verloren. Glaube ich. Hier, das ist mal ganz gut, weil hier kriegst du immer... ...old medicine. Wer hat Medizin... Oh, boh, 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 boh. Nachschrank. Jetzt wird's hardcore. Datum muss er auch mal durchsuchen. Tactical Flashlight. Versteckt. Wer versteckt zwei Tactical Flashlights da drin? Vor allem Tactical. Das sieht aus wie ein Bauernhaus. Keine Ahnung. Ein Standard 0315. Also wir haben schon was zu trinken. Das finde ich schon mal ganz... Oh, da scheint viel drin zu sein. Ich habe noch nie so lange da drin gesucht. Oh, Jackpaw. Oh, Empty... Ist das denn ernst? Ernsthaft. Das ist wahrscheinlich das ganze Ding. Ach, all cabins. Ach so. Das ist alles mit einem Cabin. Vielleicht ist es eine Hunde oder was. Können wir wenigstens dem Hund da... Pedigree, oder wie das heißt. Clown. Was ist denn Pedigree? Ja. Das steht da drauf. Fiskas. Ja, Fiskas. 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 Nein, nicht drehen. Warum? Ich höre irgendwie... Da hat jemand einen Schluck auf. Weißt, kann man diese Häuser auch noch rein sogar. Das ist so gruselig. Tja. Da hat jemand wohl vorgesorgt. Ja. Schlauer. Und ist da drin, weil er gestorbt ist, zu einem... Mutanten mutiert. Mutanten mutiert. Mutiert ist auch immer zu einem Mut. Ja. Aua. Na, echt jetzt? Hallo, was? Nein, raus hier. Oh, oh, nice. It's stuck in. Yeah. Yeah. Oh, Fleisch. Fennischen. Wir haben es verni... Können wir den eigentlich essen? Nee. Fuh grad sagen. Kann ich einfach Kaffee essen. Aber den hier? Nee. Okay. Oh. So, jetzt sieht es. Wir haben jetzt nichts zu essen.